Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zur letzten richtigen Folge der Skywars-Kit-Serie, denn heute spielen wir mit dem SG-Kit. Ja, das ist somit das letzte Kit, als nächstes haben wir nur noch das Random-Kit, aber damit machen wir auf jeden Fall auch noch eine Folge. So, SG-Kit, wir wählen das schon mal aus, bevor es startet. Wir haben einen Eisenhelm, Kettenhäppen mit Schutz 1, eine Lederhose, Eisenstiefel, einen Steinschwer mit Schärfe 1, eine Angel, ein Bogen, ein Feuerzeug, 5 Pfeile und 16 Steaks, Freunde. Also nichts krass Besonderes irgendwie. Das einzig coole ist, glaube ich, der Bogen, damit kann man eventuell ein paar Leute trollen und irgendwie schnell runterkicken oder so. Oh, ich habe meinen Bogen kurz schon gezeigt. Wir spielen auf dem Map Stonehenge, weil das ist der einzige Tipp, der mir gegeben wurde. Ich habe die Diahose nicht bekommen, oh mein Gott, so schlecht, Leute. Mir wurde gesagt, ich soll auf der Map hier spielen, weil das eine SG-Map ist, aber absolut keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Mal gucken, wie es wird, mein Start-Loot ist nicht der beste. Ich glaube, das Kit ist auch nicht unbedingt das beste, ich weiß es nicht. Ich habe schon mal damit gespielt, ja, das ist ja eines der neueren Kits. Als die Kits neu rauskamen, habe ich die ein bisschen getestet. Da fand ich, glaube ich, auch nur den Bogen ganz gut und alles andere fand ich jetzt nicht so krass. Ich habe einfach mal kein Holz, oder? Ne, ich kann mir einfach nichts craften von den Dias. Ist irgendwo Holz? Leute, ich brauche Holz. Holz? Kein Holz. Hier vielleicht Holz? Okay, auch kein Holz. Ja, ich glaube, wir werden instant sterben. Ich glaube, ich mag die Map auch nicht so, weil mit dem Bogen ist es cool, Leute runterzukicken. Aber hier habe ich, glaube ich, nicht so die beste Möglichkeit, irgendwo Leute runterzukicken. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt noch was machen soll. Ich habe keinen Stuff. Oben rechts steht wieder die ganze Zeit Press E to open your inventory. Geiler Bug auf jeden Fall. Ich habe doch eh gedrückt, Junge. Ich hasse es, wenn das passiert. Vor allem, man muss immer sein Minecraft dann neu starten. Manchmal starte ich das neu und es bringt trotzdem nichts, Leute. Da müsst ihr jetzt leider mit leben, dass es da die ganze Zeit steht. Wobei, ich starte gleich mal neu nach der Runde. Vielleicht geht das dann ja weg. So, ganz schnell wieder weg hier. Dann würde ich sagen, ganz schnell die Dia-Hose anziehen, Dia-Helm anziehen. Der Typ schilt immer noch da oben, alles klar. Dann gönne ich mir mal noch ganz kurz die Dia-Schuhe und die Dia-Chessplay. Dankeschön, jetzt bin ich Full-Dia. Ehrenmann. Und dann angle ich dich mal ganz kurz runter, okay? So, hatte ich jetzt sogar noch gesaved hier. Dann würde ich sagen, bam. Ah, verdammt, das hat nicht geklappt. Ähm, und ich baue mich einfach mal nach oben. So, moin. Ist der Boy noch da? Dann nochmal die Angel hier nutzen. Und ich habe gar keinen Wasser einmal ausgewählt. Aber ich habe auch einfach keinen, ne? Ein bisschen belastend. Dann essen wir mal ganz kurz ein Steak. Jetzt baut er sich wieder nach oben, oder was? Warte, nicht schießen. Nicht mit dem Pfeil schießen, das ist unnötig. Wieso will er nicht einfach fighten? Oder muss der noch regenerieren, Leute? Ich verstehe es nicht. Warte mal. Zack. Und bitte flieg einfach runter. Ah, nee. Ich gehe nicht in einen Cobweb rein. Und ich würde sagen, let's go. Bam. Nein. Oh, hätte der Pfeil getroffen. Das wäre so gut gewesen, Leute. Zack. Junge, ich bin es. Der Bow Spammer. Bow Spammer Ryan ist am Start. Ryan X Bow Spammer. Bam. Noch ein Pfeil. Und let's go. Flieg runter. Auf Wiedersehen. Ich glaube, der ist down. Oder kann der sich irgendwie saven? Ich glaube nicht. Let's go. Also das SG-Kit hat mir schon mal was gebracht, ne? Mit dem Bogen hier. Ist auch echt ein langsamer Start in die Runde gerade. Also irgendwie passiert hier nichts, Freunde. Was ist da los? Also wenn das so weitergeht, gewinne ich hier noch. Ich bräuchte vielleicht endlich mal einen Wassereimer. Ist hier... Nee, da ist natürlich keiner drin. Ich hatte einen Fight. Und es sind schon nur noch zwei andere Gegner. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich nirgendwo einen Wassereimer finde, Freunde. So, da vorne ist einer. Wo ist denn der andere? Ich gehe auch mal zu ihm. Komm. Der will mich zwar wahrscheinlich killen. Aber egal. Warte mal. Lass mich mal ganz kurz so machen hier. Ähm. Nick. Hä? Ich bin nicht genickt. Will der, dass ich mich ein Nick oder was? Ich bin kein YouTuber. Ich schwöre. Ich habe kein Premium Plus oder keinen YouTuber Rang oder sonst was. Kein Supreme. Ehrlich nicht. So, let's go. Oh, der Teiltränke. Ich werde so sterben jetzt. Oh, was? Wie ganz, ganz knapp mit der Lava, Leute. Ganz knapp. Er will mich auch in Lava setzen. Wenn er das hinkriegt, habe ich ein großes Problem, um ehrlich zu sein. Weil ich habe immer noch kein... Ich habe kein Wasser, Leute. Ich habe gar kein Wasser. Oh, ein Pfeilschuss. Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Ganz belastend. Das war vorhin mein letzter Pfeil. Ähm. Warte mal. Ich habe ja auch einen Angel. Die könnte ich vielleicht auch mal nutzen. Aber ich glaube... Nee, 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 nee. Halbes Herz, Freunde. Let's go. Ich muss ganz kurz weg. Ähm. So. Dann. Nein. Chill. Ich habe ein halbes Herz. Okay, nochmal ganz kurz hier rüber gehen. Bitte habe keine Enderperle. Ähm. Der andere ist auch gestorben. Oh, wenn ich ihn kille, habe ich die erste Runde direkt gewonnen. Aber ich habe keinen Stuff. Ich habe keinen Stuff. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Ich habe auch kein Wasser. Lässt du mir das Wasser, bitte? Okay, schade. Wir sind down, Leute. Traurig. Zweiter Platz leider nur. GG. Bin zwar eigentlich nicht der größte Fan von der Map, aber das hat ja gerade ganz gut geklappt. Deswegen spielen wir jetzt direkt nochmal hier auf Stonehenge. Ähm. So, aber der Stuff bis jetzt ist nicht so gut. Aber hier am Rand müsste ja eigentlich ein bisschen was Besseres sein. Diastav, jawohl. Vielleicht noch mehr Diastav. Schade. Dann fighten wir direkt mal den Boy hier vorne, würde ich sagen. Let's go. Zack. Ich habe ein Feuerzeug. Das sollte ich auch mal nutzen. Kriegt der ja keinen... Als ob der keinen Feuerschaden kriegt, Alter. Ich glaube es nicht. Nee. Der zerstört mich. Der zerstört mich. Bow Spammer, Ryan. Bow Spammer, Bow Spammer. Okay, weiter geht's. Wieso... Ach man, kriegt doch bitte Feuerschaden, Mann. Das kann doch jetzt nicht... Warum hat er keinen Feuerschaden bekommen? Ja, alle guten Dinge sind drei. Vielleicht bringt mir das jetzt ja mehr Glück hier. Oh mein Gott. Ich wollte mit dem Pfeil und Bogen gerade schießen. Aber es war einfach der falsche Slot, den ich ausgewählt hatte. Okay, der Typ schwitzt richtig hart rein. Das könnte ein bisschen schwierig werden, Freunde. Und der hat bessere Schuhe als ich. Ähm... Jetzt hat er hinter sich Gegner. Gucken, ob da jetzt irgendwie was läuft. Okay, schade. Leider nicht. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Ey, das kann nicht sein. Da kommt vorhin der Nächste. Ich bin ganz kurz weg hier, mein Freund. Ähm, kein Bock dagegen, alle gleichzeitig zu fighten. Was geht da oben ab? Schade ich da... Er ist... Ach so, er kriegt kein... Als ob er keinen Schaden kriegt. Keiner kriegt Feuerschaden, Mann. Alle haben Feuerresistenztränk oder was ist hier los? Och nee, warum ich muss... Ich muss essen, ich muss essen. Ich muss regenerieren erst, Leute. Das sind die letzten beiden sogar, ne? Okay, weil dann werde ich mal ganz kurz den Goldapfel snacken sogar, würde ich sagen. Ähm... Ja, und da ist leider einfach mit reingehen. Bam. Moin, alles klar bei dir? Ähm, moin. Was geht? Äh, der hat leider auch Diaschuhe und alles und ich tatsächlich nicht. So, ganz kurz einen Heiltrank gönnen hier. Und ich habe mich leider in den Cobweb gesetzt. Das ist ein bisschen blöd hier. Das ist gar nicht gut. Zack. Bam. Ryan X Bow Spammer wieder mit am Start, Freunde. So, noch einen kleinen Heiltrank gönnen hier. Und let's go. Ich glaube, den werde ich aber leider nicht kriegen. Ich glaube, der hat viel mehr HP, als ich, um ehrlich zu sein. Aber... Ah, was mache ich? Junge, ich verklick mich die ganze Zeit, was die Hotkeys angeht. Und jetzt bin ich... Ich bin einfach runtergeflogen. Aber der hat locker eh noch viel mehr HP, oder? Wie viel hat der? Ja, Hälfte. Moin, mein Freund. Alles klar? Ähm, auf Wiedersehen. Der ist einfach runtergeflogen. Ich wollte ihm erst noch einen Hit geben. Aber ich habe gemerkt, dass er runterfliegt. Äh, ja. Und ich hätte ihn dann sonst mit dem Hit noch gesaved. Dann wäre er hier drauf irgendwo gelandet. Wir versuchen unser Glück nochmal mit einer anderen Map. Ja, ich dachte mir so, wieso nicht? Wir hatten jetzt genug von Stonehenge. Ähm, neue Map, neues Glück. Och, nee. Und jetzt Pölz. Direkt jemand zu mir rüber? Alles klar. Moin. Was geht ab, mein Freund? So, kleine Kombo für dich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das war es auch mit dir. Ey, danke für den Haltrank. Ähm, ich glaube, der wollte eine Enderpelle schmeißen. Aber hatte keine mehr. Und damit... Oh, bitte. Yes, 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 yes. Oh mein Gott, Leute. Let's go. Das ist das einzig Coole mit dem Bogen. Man kann Leute so richtig schön damit nerven. So wie ich das jetzt getan habe. Klar, würde mit Eiern auch gehen. Aber die habe ich halt leider gerade nicht. Sondern nur einen Bogen. Wo ist der letzte Gegner? Ähm, ich hätte ganz gern... Ich würde ganz gern die Runde gewinnen. Das wäre sehr, sehr cool. Da vorne ist er, ja. Ist irgendwo noch eine Enderpelle oder so? Ansonsten komme ich da nicht rüber. Ich dachte kurz, der wäre AFK. Das wäre sehr schön gewesen. Das wäre ein Free Win. Aber egal. Der craftet da noch irgendwas. Ähm, und hier ist nirgends wo eine Enderperle, Freunde. Was soll denn das? Goldapfel nehmen wir aber noch mit. Den snack ich jetzt schon mal. Und der... Oh, der macht sich gerade besseren Stuff. Das gefällt mir nicht. Hier ist auch nichts Gutes für mich drin, ne? Vielleicht baut er sich gleich in die Mitte. Und ich kann ihn mit dem Bogen killen. Das wäre natürlich ein Traum. Weil hier ist irgendwie nichts Gutes mehr drin in den Kisten. Ah ja, verdammt. Der baut sich schon. Nein, nein. Da muss ich ganz schnell hin. Oh nein. Nein, er ist schon da, Leute. Er ist schon da. Ganz kritische Sache. Äh, vielleicht kriege ich schon mal einen Bogenhit auf ihn drauf. Ich habe leider nicht das beste Bow Aim, ist das Problem. Zack, schon ein Hit. Äh, war das mein letzter Pfeil? Ne, einen habe ich noch. Äh, und nicht geschossen. Moin, alles klar. Ähm, gut. Ich will hier ganz gerne nicht runtergekickt werden. So, ein Bowhit noch. Und let's go, Freunde. Ich darf nur nicht runtergekickt werden. Komm. Nein. Als ob er da nicht runtergeflogen ist. Ey, ich glaube es nicht. Ich habe zum Glück noch ein paar Heiltränke. Wassereimer, weil er mich angezündet hat. Und ich... Oh, dann fliege ich runter. Ey, Mann. Das hätte mein Sieg werden müssen. Vielleicht kriegen wir doch einen Bogenkill, Freunde. Let's go. Und zack. Bam. Nächster Bogenkill. Ähm, ja, irgendwas muss ich ja jetzt machen hier mit dem Kit. Das war eigentlich ein bisschen unnötig. Also ich hätte mich wahrscheinlich einfach auch an ihn ransneaken können. Aber ich wollte einfach diesen Bogenkill haben. Also irgendwas muss ich ja hiermit machen. Was geht denn da ab? Äh, hallo? Wollt ihr auch fighten? Oder, ähm, was ist da los? Hä, was machen die da? Teamen die jetzt oder was? Lol. Warte mal, vielleicht noch ein Pfeilkill. Bam. Nein, er hat sich gesaved. Und jetzt fighten die. Da gehe ich ganz schnell rüber. Moin. Alles klar bei dir? Und auf Wiedersehen. Oh, moin. Du bist wieder da. Alles klar bei dir? Willst du vielleicht nochmal kurz runterfliegen? Oder noch besser mir deine Chestplate geben? Das ist auch sehr geil. Oh, oh. Der baut sich, glaube ich, zu mir rüber. Vielleicht wird das ein Bogenkill, Leute. Let's go. Oder haut der jetzt ab? Als ob er jetzt abhaut. Warte mal, Bogenkill. Und jetzt. Moment. Bam. Und. Yes. Oh, mein Gott, Leute. Ich mache nur Bogenkills hiermit. Oder hat er das... Er hat das überlebt, oder? Och, nee. Och, nee. Komm schon. Das wäre so schön gewesen. Aber wobei, jetzt fliegt er... Jetzt ist er von dem anderen runtergekickt worden. Lol. Alles klar. Let's go, Leute. Ähm. Gucken, ob wir den Bogen da jetzt noch killen können. Der ist fast full dia. Das gefällt mir nicht. Ich sollte vielleicht ganz kurz hier chillen. Einen Goldapfelsnacken, um ehrlich zu sein, schon mal. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt einfach hier rüber. Oder ich warte, bis er zu mir kommt und versuche einen Bogenkill. Das wäre das Smarte. Aber ich bin nicht smart. Ich werde mich gleich wieder aufregen, dass ich ihn gefightet habe, hundertprozentig. Aber egal. Komm, lass mich wenigstens so machen. Bam. Ender Perle. Und moin. Was geht ab? Ähm. Du hast leider besseren Stuff. Aber vielleicht kannst du ja verbrennen. Das wäre ziemlich... Nein. Oh, mein Gott. Hatte ich noch den anderen Halterang durchbekommen? Hätte ich ihn... Okay, ich muss einmal ernst spielen. Das kann ja nicht sein. Ich kriege hier so viele zweite Plätze. Aber das bringt mir ja auch nichts. Vielleicht kriege ich ja hier meinen nächsten Bogenkill. Bam. Und... Als ob er nicht runtergeflogen ist. Alles klar. Dann gehen wir mal so ganz schnell darüber. Der hat leider schon wieder was gesnackt gerade. Und jetzt baut er sich da gerade wieder hoch. Moin. Bam. Noch ein Bogenschuss. Und weiter geht's. Ich bin's. RyanXBowSpammer. Und moin. So. Noch ein Schuss. Und ich würde sagen, let's go. Oh, der ist ganz runtergegangen. Let's go. So. Ins Cockweb rein und ihn runterkicken. Der hat noch eine Ender Perle. Aber vielleicht kriege ich sein Stuff dadurch. Das ganz... Okay, sein Stuff ist natürlich runtergefallen. Ich werde jetzt einfach Diamanten farmen, Freunde. Wenn ich schon kein Dia-Stuff kriege. Oh, oh. Und da baut sich schon jemand zu mir rüber. Aber vielleicht... Warte. Nein. Ich hab nicht getroffen. Yo, Alter. Der wird mich so zerstören. Habt ihr gesehen, wie schnell der sein Cockweb geplaced hat? Einfach direkt auf Instance 2. Der macht mich sowas von fertig gleich. Ich glaub's nicht. Ah. Komm schon. Vielleicht jetzt nochmal. Okay. Yo, Alter. Was? Schon ein Cockweb geplaced, bevor ich überhaupt geschossen habe, Freunde. Und das beim Bauen irgendwie. Also er hat er so schnell gebaut. Das ist schon krass, dass er das dann irgendwie gesehen hat. Dann hätte er eigentlich immer 5 bauen müssen. Aber okay. Ja, ich bin instill down, Freunde. Let's go. Sensenmann-Kit. Okay, interessant. So. Gehen wir noch ganz kurz in Lava. Ich nehme meine Lava wieder mit. Und ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich down jetzt. Ja. Ich glaube, ich habe ihn auch ein paar Mal mit der Angel gehittet. Ich bin mir nicht sicher. Hier in der Mitte geht auf jeden Fall schon ordentlich Action ab. Als ob die hier drin chillen. Fighten die überhaupt? Kann man das nicht abbauen hier? Okay, irgendwie konnte ich das gerade erst nicht abbauen. Aber das ist ganz cool. Ich kann nicht von hier außen einfach hitten. Ich muss mich da leider mit einmischen. Tut mir leid. Ich brauche unbedingt einen Sieg. Sorry, mate. Okay, jetzt geht er auf einmal auf mich drauf. Aber der hat gar nicht so gute Rüstung. Eigentlich müsste ich den noch easy kriegen, oder nicht? Ah, jetzt chastet der andere mich. Oh, oh. Das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir gar nicht. Kann ich nebenbei einmal den da abschießen mit dem Bogen? Ich habe leider nicht getroffen. Okay. Und der eine Boy, der verfolgt mich immer noch. Ich gehe mal wieder weg. War ganz cool in der Mitte. Aber ich muss dann auch wieder los. Der da hinten will einfach abhauen, oder was? Bam! Ah, schade. Wäre cool gewesen. Dann gehe ich einfach zu ihm hier durch. Ich hoffe, der hat keine Angel oder so. Bitte hab keine Angel. Der hat locker eine Angel, Leute. Hundertprozentig. Ich mache mal ganz kurz so hier, dass er mich nicht runterkicken kann. Ähm, moin. Alles, äh, alles, alles klar bei dir? Der guckt mich schon so an. Was möchtest du? Ich habe ein bisschen Angst vor ihm, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Aber ich glaube, wir machen einfach mal den YOLO-Angriff hier natürlich. So, und dann würde ich sagen... Ah, das war schon mal dumm. Okay, ich esse mal einen Goldapfel ganz kurz. Äh, eigentlich sieht er so aus, als ob er keine Ahnung hat, was er macht. Von daher, okay. Ich weiß nicht, wieso ich den Goldapfel gegessen habe. Jetzt kommt der Nächste zu mir. Ach, Leute. Bam. Was? Als ob ich ihn nicht getroffen habe. Okay. Copweb. So, und dann ganz kurz ihm hier einen Free-Hit geben. Ah, das mit der Lava gefällt mir nicht. Hilfe. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Gar keinen Bock auf die Lava, um ehrlich zu sein. Ähm, der will mich unbedingt in Lava setzen, ne? Ist ja unglaublich. Kriege ich hier irgendwie... So. Notfalls gehe ich einfach weg. Du hast bessere Rüstung, Junge. Ich bin nicht... Ich bin nicht enchanted. Egal, komm. Wir gehen mal hier rüber. Ich stelle mich mal hier drauf. Vielleicht kommt der ja mit hier hin. So, und dann kann ich ihn einfach hier vielleicht irgendwie One-Line killen. Man weiß es nicht. So, ein Lava einmal ist schon mal weniger. Zack. Noch ein Hit auf dich. Zack. Dann würde ich sagen... Ach, ich habe die Angel auf gar keinem Hotkey. Warte mal. So, Angel auf dem Hotkey. So, noch ein Free-Hit. Bam. Noch ein Free-Hit. Und let's go. Eigentlich müsste ich ihn jetzt kriegen, oder? Zack. Komm schon. Jawohl. Der ist auch da. Und ein letzter Spieler noch. Wo ist der? Ist der schon bei mir? Ne. Und schön verzauerte Dier-Rüstung jetzt. Wenn ich es jetzt nochmal schaffe, zweiter Platz zu werden, dann gebe ich einfach auf. Boah, ich habe den falschen Hotkey ausgewählt. Ich bin fast down, Leute. Ähm, ich mache einfach mal so. Vielleicht kommt er nicht auf mich zugerannt. Ich habe sogar getroffen, lol. Ich muss kurz regenerieren, mate. Sorry. Ähm, hier noch ein Bogenschuss. Ich habe keine Pfeile mehr. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Er hat schon mal die Eier in der Hand. Der will mich locker runterkicken hier. So, dann mache ich einfach schon mal so ganz kurz, würde ich sagen. Dann kann ich hier ganz entspannt eigentlich durchrennen. Aber es sei denn, er rottet mich einfach weiter die ganze Zeit. Alles klar. Ähm, möchtest du auch kämpfen? Oder hast du da nicht so Bock drauf? Oh, ich sterbe. Ich sterbe hundertprozentig, Leute. Äh, zack. Schon mal das hier wegmachen. Dann. Nein, was hat er für einen Trank in der Hand? War das ein Damage-Trank oder ein Stärke-Trank? Das gefällt mir gar nicht. Vor mir hängen hier so fest. Ich habe die Lava falsch geplaced. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben, Leute. Zack. Okay. Kommt der jetzt hier durchgerannt? Der. Was hat er da für einen Trank? Nein, das war ein Heiltrank auch noch. Ich werde zweiter Platz wieder. Ich merke schon, oder? Komm schon. Komm schon. Nein. Wie viele Heiltränke hat er denn? Flieg runter. Flieg runter. Flieg runter. Flieg runter. Bitte. Ich brauche den Sieg. Ich brauche den Sieg, Junge. Nein. Dreieinhalb Herzen. Und ich hatte keine Heiltränke. Ansonsten hätte ich ihn wahrscheinlich bekommen. Ja, belasten, Freunde. Das wird anscheinend nichts mehr mit dem Sieg heute. Mit dem SG-Kit. Sehr traurig. Dafür sehr, sehr viele zweite Plätze. Und ein paar schöne Bogen-Kills. Das ist das Wichtigste. Ich hatte Spaß mit dem Bogen auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und falls ihr Tipps für das Random-Kit habt, also dafür gibt es eigentlich keine Kids, äh, keine Tipps. Kids auch nicht. Also, man kriegt Random-Kids. Auch egal. Ich labere gerade nur Kacke. Falls ihr Tipps für das Random-Kit habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Hahaha. Dafür wird es gar keine geben. Und wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ja, und die Sky-Wars-Kids-Serie ist leider fast vorbei. Nächste Folge wird die letzte. Auf Wiedersehen, Leute. Ciao. Outro